Oh, was ist dort oben in die Lava gefallen? Eine Puppe? Nee, so, keine Ahnung. Okay. Na, hättest du es ja sonst bemerkt, wahrscheinlich. Ja, aber du hast ja geheimt. Du hast ja geheimt gestorben, weißt du. Geflamed, dann hätte er sich gefreut. Action time! Ich hab diesen Mob mit der Puppe über der Lava getönt. Auf einmal ist die Puppe in die Lava gefällt, hab ich geheult. Da hab ich nicht geheult, aber trotzdem. Was passiert eigentlich, wenn man keine Chance gegen den hat? Also, wenn man verreckt? Stopp, Mann. Also, bei uns ist sie nie wieder gekommen. Also, wir konnten sie nie wieder machen. Hä, du brauchst einfach nur den Geist dazu, ja. Ja, aber wirklich, wir hatten sie ja dann, also, das ist dann mit dann passiert. Und wir haben sie wieder probiert und die ist mir mal wieder gekommen. Hm, vielleicht war es bloß ein Bug. Wäre ja blöd, wenn man nun eine Chance hat. Andererseits wäre es auch wieder herausfordernd. Ich meine, schwer ist die nicht. Weg, wegrennen und draufschießen, da ist es ja nicht. Zumindest, er wollte ich die Augen treffen. Oder den Mund. Ich hab auch so Hausmal einfach sicher gemacht. Wenn du so einen Skillyplayer hast wie ich, dann mach ich jetzt so ein schönes Muster rein. Ja. Bein, scheiß los drauf, ich treff gar nicht. Ach, verdammt. Achso. Jetzt mal eine Fackel, bitte. Danke. Nein, wo? Oh, das war das Geld, Aul. Achtung. Ich kümmere mich um ihn. Ich auch. Ach, der hat eine Voodo-Puppe. Oh, das ist ja auch wieder rund gefallen. Kann man eigentlich die Flash-Wand öfter machen? Ja. Ja. Cool. Immer mit einer Voodo-Puppe wahrscheinlich. Dann hab ich schon die zweite. Ach, Peele, du gieriger Grab-Räuber. Fahren lieber Hellstone wie Syltra. Wir brauchen noch viel davon. Soll. Ich hab schon zwei Stacks. Ich hab nichts verbauen, nein, ne? Ist natürlich traurig. Wieviel Stacks hast du? Zwei Stacks hab ich. Ich hab auch noch oben fast einen ganzen Stack. Und jetzt hab ich auch noch einen 70 dabei. Dann, das hätt ich dir gegeben. Okay, danke. Hätt ich dir gegeben sein, Syltra. Was hab ich denn damit? Ja, kannst du's klar. Darf ich mir die erste Rüstung machen? Ja. Ja. Wenn du danach weiterkommst. Also ich hab noch drei, eineinhalb Stacks Erde. 85 Stein und 104 Clay. Ich weiß nicht, ob das auch ist, bin Clay. Hm, ich hab jetzt auch Clay dabei. Kann ich gleich mal ausprobieren. Wow. Ja, mit dem Geld. Ich hab beim Kugeln gegen mich angeflogen. Nee, ich hab doch Fackel. Ach, Fringe im Penz. Bildtran nimmst du dann, hast du, teilst du das denn Cash-off? Sollt was übrig bleibt? Ah, ja, ja. Ich will auch kurz meinen Trank hier zu Ende, äh, ausnutzen und dann richtig rum. Boah. Nein! Hast du genug Obsidian? Ich geh mir so auf die Eier, Alter. Hast du eigentlich genug Obsidian? Was? Ja, genug Obsidian. Obsidian hab ich. Du hast da auch welches, oder? Nein. Naja, das können wir uns noch nachmachen. Hab mir ja gesehen, wenn wir uns ganz Obsidian gemacht haben. Ich fahre mir nochmal Obsidian an, da könntest du knicken, da schmisch mir das nochmal antun. Bloß, weil du dich selbst einkerkerst? Wie hast du das eigentlich geschafft? Ich hab irgendwie, war in der Lava eingeschlossen, dann hab ich irgendwie, ähm, ich will jetzt in die Fracht, ich weiß bloß, dass ich es geschafft hab und dass ich es nie wieder mache. Pille, kümmere dich mal um die zwei Fire-Imps über dir. Ja, gleich. Okay, die folgen mir. Dann können wir echt nicht drum. Cool wäre, wenn man eine Erfahrung bekäme. Aber das Gold ist ja ungefähr sowas wie Fachen. Hab ich doch schon wieder über das Vier. Ja, zwei Gold ist nicht viel, finde ich. Gibt ja noch eine Steigerung, oder? Platin oder sowas. Platin, ja. Ach, ich glaub, ich bin ja noch weit entfernt. Zwei Würmer, ey. Lol. Warum hast du jetzt überhaupt, äh, einen Lilla-S- Lilla-Boot? Oh, mein Baumaterial. Schau mal, ob Clay auch geht. Ah, okay. Achtung! Oh, von allen Seiten. Wollen wir heute noch die Dings machen? Den Boss? Welchen Boss? Wenn du... Wenn du jetzt mal fleißig weiterfarmst? Genau, wenn du fleißig weiterkommst. Ja, bin ich fleißig. Wir bauen weiter fleißig hier den Weg. Achtung, verlieren wir uns von hinten. Ich bin so verbrochen, ehrlich gesagt. Nein, Aggressionen steigen. Aber es schadet nicht, äh, aufs Sicherheit zu gehen. Oh, ich bin bald tot. Wäre blöd, tot zu sein. Nein, ich springe noch rein. Oh, ich muss mal hier regenerieren. Wollen wir erstmal zurück und neu sammeln? Hm, ich hab noch 180 Clay, also von daher. Gebt noch ein bisschen. Ja, ich hab noch ein bisschen mehr so... Na, musst du weiter? Ja, ich hab grad Angst mit meinen 50 Clay. Kann man mal zu mir kommen und... Gebt mir das Clay. Schwupp. Soll ich da noch meinen Rudobull, ähm... Also oben versuchen, die Zombies vergebens ins Haus reinzukommen. Ähm, kann ich einmal einen Magic and Roll geben? Äh... Liebe Nacht. Ich hab 600, ich hab 600 Hellstone. 600, ja, schön. Hast du schon eine Rüstung nehmen? Nein. Erstmal kurz zu einem Magic and Roll geben. Wiedersehen macht Freude, ich muss es... Ich brauch's, um wieder rauszukommen. Ein neues Herz, Junge! Ich kenn ja... Watchmen, äh... Ich kenn kurz die ganzen Sachen rein, dann mein... Äh, Toni, wo ist das Obsidian? Äh, in einem meiner Küsten. Müsste gucken. In der blauen Pfanne oder mit der Minderung fahren? Aber verbrauchen wir alles, nicht? Ich brauch ohne was. Ja, höre ich doch. Ja, okay. Ist auch ein netter Leuchtstein. Bist du das mit dem... Mit dem... Welche Feiche Pfanne hast du? Äh, rot oder blau? Ich bin der mit den Flaschen und Büchern dahinter. Äh, Trav. Achso, okay. Drecksvies. Ich geh sterben. Du triffst nicht. Ja, du hast ja genug Obsidian, du Idiot, ganz im Ernst. Wer? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Am Ende hab ich dann gar nix mehr. Wieviel brauchen wir für Schwert und Rüstung? Wer holt dann eigentlich die Materialien? Oder wer nimmt sie mit? 360 Hellstone und 90 Obsidian pro volle Rüstung. Wer nimmt dann den Dreck wieder mit? Und ist das Schwert da klein mit drin? Kannst Syltra eigentlich mitnehmen. Kein Schwert. Ne, Schwert hab ich jetzt nicht mitgezählt. Das würde nochmal 35 Barren, glaub ich, kosten. Hab das Zeug nie aufgeteilt. Kommt doch mal. Was soll ich machen? Finish, bleibst du solchen oder solchen Spitzhak? Gebet mir ein Schwert machen. Spitzhak brauchst du nie machen. Glaub, drei Schwer... Lass lieber erst mal für jeden Rüstung machen, finde ich. Ja, lieber erst mal Rüstung und das andere Zeug machen wir dann später. Hab nix mehr. Okay, hab ich noch was? Moment. Obsidian Bricks. Ash... Oh, doch. Was ist mein? Oh je, ich hab noch genügend. Die Materialien? Pille, hier. Ich hab noch jede Menge... Decks, Dreck. Ich bin der Masken, Mann. Hörte das. Boah, da hat's geleckt. Wolle, Siltra. Scheiße. Sicher ist sicher. Aber jetzt keine Feuerblumen. Ich hab Feuerblumen. Wolle, bleibt stehen. Ich hab auch noch... Eine? Ja, ich hab zwei Voodoo-Dolls. Meistens wird irgendwie Lama. Okay. Pille, du weißt, ich mach das. Ich hab da keines gut gemacht. Nein, mach's denn nicht. Ich hätte gar nichts gut. Nein, Shadow, du bist... Du bist kein Palle, ne? So, wenn du wünschst, dass ich's mach, ich... Ach, das ist so ein Feier im Verdammten. Den hab ich gar nicht gesehen. Den Palle wurde ich das zu dran, aber in dem... In dem Shredo und... Äh, Toni, kommst du mir ein bisschen entgegen? Wir wollen doch schnell, dass du ganze Zeug jetzt verbaut. Aber dann musst du dich kurz gedulden. Ich hab noch genug Zeug. Gibt da Shadow in der Zeit, und dann kannst du mich entgegen... Was, die schießen durch die Wände? Ja. Du wäschst dich durch die Wände. Fackreck! Die sind voll erneuig. Rasierblatt. Rasierblatt! Laubklinge! Das ist nicht sehr effektiv. Akisis? Teuer im Worte, bis sie nächstes Pokémon einsetzen. So timely. Ah, mit dem Wude doll. Feierblassen. Oh, das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. Blitz, mach Zeit mir. Du wirst die mal weg. Ich verreck, du! Ein bisschen mehr Zielwasser wäre nützlich. Alter! Intimwasser? Zielwasser. Ja, oder? Jetzt ist es dunkel. Teamwasser? Hast du gerade Intimwasser gesagt? Toni, jetzt kommen wir mich schon entgegen, oder? Nein, wir sind doch dabei! Wir müssen erst bauen. Alter, ich verrecke. Kette, ich verrecke. Warum tust du das? Das ist kein guter Bodyguard. Ich hätte gesagt, dass ich Bodyguard bin. Weiß was? Ich wollte eigentlich bauen hier. Äh, ist da drin... LOL! In dem kleinen Teil ist ein Lavaslime drin? Ist mir jetzt egal, ja. Ich will, dass sie mich weiterbauen. Das ist ein neues Herz. Sehr gut. Okay. Ich weiß nicht. Das müsste reichen. Ich weiß nicht. Wir haben gerade eine normale Fledermaus, ne? Die kommt auf meine... Das waren jetzt knapp von Stacks, äh, Baumaterialien. Ja, ich glaube, das brauchen... Wir brauchen weiter... Äh, wir brauchen sonst nichts mehr. Hinten, ne? Hinter uns! Oh, bist du schlecht. Hiiii! Wer von euch Clay zufällig? Haben wir gerade alles verbaut. Hihii! Ja. Warte, wir gehen zurück und bauen das wieder ab, okay? Ja. Ähm, ja. Langsam... Ich hab noch Clay, Lukas. Ich hab 100 Clay. Wir haben... Jetzt sind nicht alles. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 wir gehen die Welt. Du, 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 ich liebe Äpfel. Schase, dich sehr toll. Was hast du denn gemacht? Du hast ihn mit diesem Ohrwurm ins Ohr gelegt. Boah, ich weiß nicht, dass ich den letzten Mal gesungen habe. Ja. Gestern, vor drei Jahren im Vietnam. Dankeschön. Danke schön. Ja? Jetzt kommen wir mir entgegen. Wir bauen uns jetzt noch schnell alles. Ich hab nix mehr zum... Ah... Kann man... Ich hab noch was. Ich hab noch was. Asche kann uns auch nehmen, ja. Ah, das kann ich da... Ah, Syltra. Shadow. Komm mal her. Ah... Ah... So, was willst du jetzt, Syltra? Feuerblumen. Von euch beiden, bitte. Feuerblumen... Hier haben wir welche. Ah... Kann jemand hier Licht machen verflucht? Ach... Komm, ich mach mal hier ein... Bisschen Licht hier auf den Weg. Kann die ja gar nie anpflanzen, die Feuerblumen. Dort wer sieht's. Doch, hier ist Feuerblumen. Drei Stück hatte ich. Kriege ich meinen Spiegel wieder zurück? Kapseltromo zu da hoch, oder? Achso. Habt ihr Leben schon verbaut? Ja. Wo? Ashblock. Du baust die jetzt nicht nochmal ab, oder? Ich wollte deinen nicht, ja. Alles Gute. Mir gehen langsam die Fackeln aus. Mir nicht. Ich hab aus den Kisten neue bekommen. Der Grabräube halt. Hast du den Skill gesehen? Nein. Zwei Feuer-Imps-Aftung.